Hallihallo, hier ist wieder euer APG-Geber Steffen. Zur nächsten Folge, der Let's Play Minecraft. So, ja, ich habe so ein kleines Problem gehabt, zwischendurch, dass mein Teil vergelaufen ist, mit dem ich aufnehme. Weil ich nehme mir zur Zeit mit meiner, äh, meinem Tablet auf. Und ja, das ist mir vollgelaufen und da ist mir die Aufnahme natürlich auf hatten gekommen. Wie gesagt, hat, äh, ist automatisch gestoppt. Aber jetzt geht es weiter. So, schaut her. So, jetzt habe ich noch ein paar Fatten. So, Beb. Wir haben uns jetzt. Äh, hatte. Eis und Erz. Alles Herr damit. So. Ist hier was. Gut, sieht das aus. Hä? Guck mal, ist was da mal mit oben. Ist ja loll. Aber wir haben tatsächlich nicht. Die Fledermaus ist auch da. Herrlich. Hallo Fredi. Äh. Oh. So. Okay. So. Jetzt noch mal Eis und Erz. Herz. Beideis und Erz. So. Das sind Erz. Das sind Erz. Zwei. Herr damit. Geht. Oh. Drei, äh. Viere, Fünfe. Perfekt. Sechs ist super. Alles Herr damit. Alright. Woho. Hä? Der Krieber gerade bei der Facheln verdoppelt. Wie geht das? Der explittiert. Ich habe jetzt 64. Der hat bei der Facheln verdoppelt. Wie geht das? Der hat meine Facheln verdoppelt. Der Creeper explodiert und die Farbe verdoppelt. Ist ja geil. Wollte noch einen die Farbe machen. Hat der Creeper wieder gemacht. Danke Creepy. Äh, das ist noch einer. Guten Tag. Holt die Kula aus der Erde raus. Komm. Und. Da hinten explodiert. Äh, schade. Da sollte man eigentlich jetzt die Kula aus der Erde reißen hier. Hier etwas behilflich sein, aber. Denke Fall tut er mir diesmal nicht. Schade. Oh, jetzt weckt es wieder. Nicht gut. Oh, Alter. Kohle ohne Ende hier. Also, an Kohle mangelt es uns schonmal nicht. Auf keinen Fall. So. Und zurück. Zu groß ist sie hier gar nicht, wie ich dachte. Da unten ist noch was. Mal schauen gehen. So. Mit der Eisenerz ist noch hier. Nehme ich natürlich gleich mit. So. Dead. Gut. Mist, die Freiberate cutt grad übelst ab. Aber es liegt wahrscheinlich am Texture Pack. Da es zu groß ist für beide... Dings hier. Das er natürlich so packt. Ich nehm's mal an, dass es so ist. So. Das Eisenerz. Schaffe ich mal schnell in die Truhe. Weil das möchte ich ungerne verlieren. So. Öfen brauche ich mir auch gleich mal. Zwei. Brauche halt nur noch wieder Kohle. So. Hopp. Da kommt. So. So. Kommt da drüber. Ich habe gleich die Kohle hier. Die ist gleich hier oben. Das passt. So. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wie er guckt, was so schön singt. Aber ich weiß nicht so gut kann wie er. Ist ja auch sein Song. Sein cooles Song. Ich werde nicht klauen. Au. Was soll die Scheiße. Creeper. Oh ey. Wo kommt die verschisse Creeper her? Ich bin schon verarschend. So. Äh. Gut. Wir reparieren hier. So. So. Gut. Das ist weg hier. Hopp. Da mache ich zu. Hopp. So. La. Fackel hin. Kohle rein. Das Fleisch rein. Da hole ich die nächste Kuhle. War einfach was fressen hier. Wie er tut. Gut. Nächste Kuhle. Ich kann gleich antworten. In 4 Minuten. Und. Äh. Äh. Das habe mir gerade über geschrieben. Auf Handy. Aber da muss ich zwar kurz warten. Bis ich äh. Die Aufnahme beendet habe. Weil. Davor kann ich nicht schreiben. Weil ich möchte ja die Aufnahme. Und nicht beendet. Wow. Mann. Da hast du mich jetzt verscheucht. Komm her du Arsch. So. Arschloch ey. Verschreckt er mich einfach übelst jetzt heute. Oh. Das gibt's ja nicht. Der hat mich jetzt verjagt alter. Oh. Pass auf Junge. Wenn du das auch einfach machst. Alter Schwede du. Der hat mich jetzt verjagt. Oh. Das gibt's nicht. So. Die noch hier. So. Wunderbar. So. Oh. Hier ist auch zu viel Kohle alter. Gibt's nicht. Gut. Das hält doch mal Kohle. Tatsache. Kranker Scheiß. Ich hab jetzt mich gleich durch hier. Dann hält die nicht mehr. So. Gut. Zurück zu. Ausrank. Ich muss glaube ich das Texteback echt mal ändern. Weil. Er merkt das sekt ganz schön ab und zu. Und das muss ja nicht sein. Äh. Hälfte. Hälfte. So. Und so. Gibt's genau auf. Siehst du. Ha. Ist ja geil. Geil. So. Eisnerz. Hier sieben. Da sechse. Gut. Wollen wir mal kurz ein bisschen fertig ist. Weil. Die Folgenzeit ist auch gleich oben wie ich. Äh. Gerade sehe. Ähm. Und hier muss ich. Aufgang bauen hier. Sonst komm ich nicht mehr hoch. So. Sauber. Gut. Sieht gut aus. Die Kohle hier. Das Feuer. Aber das Texteback leckt etwas. Ich glaube das muss ich echt wechseln. Weil. Ich weiß nicht viel sehr. Aber das dann im Video vielleicht sieht. Dass das leckt. Und das möchte ich ungerne. Weil. Das ist ja für euch Zuschauer natürlich auch scheiße. Für das Select. Das möchte ich euch ungern antun. So. Gut. Das war die letzten beiden. Das war auch das letzte. Hält ja schon mal 13 Stück. Und damit beende ich auch diese Folge. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft wieder. Euer LP Geber Steffen. Alias da Steffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und. Wie immer. Selbe Stelle. Selbe Welle. Ciao.